Wird nur Sicherheitsmaßnahmen, falls das sein sollte, nachdem er dreieinhalb Stunden will. Der Fall gibt's nicht. Boah, dreieinhalb Stunden schon. Heftig. Ach scheiße, nein. Was ist das da unten? Das wäre dann das nächste. Können wir Flammen verbessern, fügt mit Scharn zu, könnte drauf glauben werden, um salbe Flammen, die Feinde durch die Gegend steuert. Und was ist das? Halb rechts? Dörter. Verbraucht gemischt, es verbrennt länger, es verbrennt länger. Höhlenanteil am schwarzen Schießpulver hätte der Effekt länger an als beim normalen, okay. Das heißt, wenn noch länger, aber okay. Da fehlt eine Information. Was würde uns dort bringen? Höhlenanteilität und Haltung von Feinden. Füge springen in den Gegenden größeren Schaden zu. Jetzt behält man die Feder länger. Achso, spannend. Drecklich die Klinge nach der Landung weiter und verletzt Feinde mehrmals. Im Grunde mein Kreisel mit Klingen. Das wäre, Stärke liegt in dem Gewicht durch das Aufladen, ermöglicht es, dass trotz Gewichtes der Axt großer Schwungvoller Angriff ausgibt werden. Okay. Das wäre noch Spuren und Einlinge, drittlich die Klinge, ne? Fünf, zwei, die mehrmals. Okay, ist dann noch krasser. Mhm. Ja, nein. Okay. Dann haben wir so 577. Ähm. Und das hier jetzt mal raus. Shinobi Feuerwehr oder Federgeladenes Feuerwehr? Genau, das hat man. So. Dann hab ich jetzt das extra, ich hab' ich hab' gewonnen. Von der Anzahl her, ich hab' ich jetzt 5. Moment. Gut, Öl kann wieder weg. Dann will ich, dann kann das hier auch werden. Jo. Gut, jetzt mach' so. Verschreib' mit Anzahl. Bang. Ich bin echt gespannt, ob's klappt. Und ich jetzt. Wenn es jetzt nicht klappt, dann haben wir ein Problem. Der Bode ist ein Tier. Er ist ein... Er ist mehrfach ein Dax und Dax am Amt vollweg. Aber er brennt und... Der Bode, der war dann Dax. Der Dax, der war dann Dax. Der Dax, der war dann Bundes. Pony! Dax. Oh man. Ich hoffe das haben sie gleich einen Unterschenren Wait expire. Da flippe ich fast. Rass lief mir schon mal nur. Ja, das ist gut. Vielleicht muss man den einfach irgendwie beruhigen. Das mache ich ja gar nicht. Schönes Feuerwerk, du denkst das gut. Geil. Ich glaube, du hast irgendwas gehalten. Ich will nicht. Du weißt nicht, ob du nachher verhalten kannst. Mach nur mein Bild und meine Vision nicht kaputt. Das ist jetzt fies. Das hält echt nicht lange. Oh. Ah, ist klar. Das klappt. Ich mach dir keinen Schaden, oder was? Nicht viel, ne? Ich fühle mich gerade wie beim Fäulen. Alter. Dein Ernst? Mach. Okay, ich habe so viel verballert wahrscheinlich. Ja, ich habe richtig keinen verballert. Ist leer. Ja. Also geht jetzt weg. Jetzt. So, du denkst. So, du denkst. Das war so. 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 Sch quien sie so was ist. So. Das funktioniert ja. Das ist der Wix-Ziel, jetzt mach du das Ziel. Aber allein schon hart, dass du das, sag ich mal, direkt vor die Phrase greifen musst, damit er das mappt. Einfach durchfällen? Ja, komm, einfach so. Und dann auf dem einen Dach kurz wieder warten. Durch, und so sehe ich das noch. Hier, da kommen wir ja mal wieder. Was für Gegner, da winkt man den ein, hat man jetzt geschafft. Und dann schicken die ne fucking brennende Bullen, ey. Das ist wie so ein schlechtes Weihnachtsgeschenk. Weißt du, du kriegst so ein Weihnachtsgeschenk, ne? Hätt kein Fahrrad. Er ist ein Bulle. Ne, das ist ja wirklich so. Du packst das Geschenk aus, dann ist da so ein Bild von deinem Vater drin, wie er dir den Mittelfinger zeigt. Wissen, wenn wir ein, was wäre, was wäre. Wie viel dich mit, teilt dich mit. Teilt dich mit. Die ne was du sagst. Dann hast du es da noch raus. Wissen, wirst du das? Wissen, wirst du jemanden in sitzen? Wissen, wirst du jemanden in sitzen? Wissen, wirst du das? Drei Mal machen. Ja, Moment. Ich mach dir. Fünf Mal. Weil mir war das so, gerade leichter zu sein, so. Wissen, wirst du das? wollen ist er ihnen wenn es ein dicken ich habe ein ganzes der 1 das ist das ich habe mehr unternehmen exakt du bist genau reingelaufen wird rein auf dem 10 nicht wirklich rein damit ich möchte vor dem verbessern können wir unser geld nicht irgendwie auf dem bankkonto wieder auf tun wir verdienen jetzt gerade alles wollte ich motivieren dass du nicht das geld verlierst das super ich bin ich bin es habe ich auch noch 11 ist wirklich hart Wieso gingen die weg? Man kriegt die ja, indem man Gegner killt. Wir hatten irgendwann so einen Vorrat gehabt, dass wir so 75 hatten. Also fast 100 Stück. Jetzt bleiben wir halt so auf Sterben im Moment. Geht jetzt schnell leer, dass wir sie höher kriegen. Hier sind wir 12. Jetzt kommt da hinter mir einer, der nimmt mich von vorne, der nimmt mich von hinten. Na? 13? Ok, der gibt wieder keinen. Vielleicht habe ich hier Glück. Vielleicht? Irgendwo? 14? Keine 14? Komm, ihr seid die 14, komm. Mach ich die 14? Ich war doch in der Animation, Mann. Ich war doch in der Animation, Mann. Aber richtig zu spät. Nicht so ein bisschen zu spät, wo man sagen kann. Tja ja, ich war zu spät, sondern so. Genau so. Ja, ich war ja nicht so ein bisschen zu spät. Aber wie groß die Viecher sind, ne? Wollen wir ja jetzt grad auf Scheiß, ne? Mhm. Sorry. Oh, ey. Das interessiert ihn gar nicht. Naja, aber das wer jetzt nicht gesehen hat. Gleitende funktioniert. Leck mich am Arsch. Ich glaube, ich bin Mitglieder. Oh, ja. Konstantin. Keine 14? Konstantin. Konstantin. Blöcken! Hmmmmmmmm... Was habe ich mich gerechnet, oder? Hört, scheiße. Jetzt bist du... Samen dran, ne? Hmmmmmmmmmm. Oh. Oh, ja, easy. Das ist der nächste Versuch der BD-H-M-Schein. Ah man, macht einfach kaum Schaden. Okay, weiter. Einmal Block und dann muss man weg. die richtung einer fehler ich hab's gut willst du mal? die haben wohl legendärer an scheiß ist ja eigentlich kein Vorteil raus den jetzt noch mal vor ist noch mal rein kann man nicht geisterblieben sonst lass es geisterblieben damit kaufen smart, wa? nachdem wir 400 verloren haben ey geil geil ey, ist der auch nicht eingefangen oder? 2 kostet nur 10 easy 80 ja pass das werdet 15 sonst räumen wir hier noch ein bisschen auf ja, so kann man ja, so kann man 17 haben wir jetzt an Gold hab so gedacht hab so gedacht aber ich weiß nicht, ob das traurig ist oder so haben wir so bedenkt, wir hatten jetzt einen Boss geschafft und so gesehen ist ein Gebiet weiter in unsere Zeit ja ich kann mich nicht verfolgt ich kann mich nicht verfolgt verbreiten ja ich kann mich nicht verfolgt ich kann mich nicht verfolgt so ich kann mich nicht verfolgt so ich kann mich nicht verfolgt mal 20 wird sie 10 pro stück Pfff, der kippt noch nicht in der Nummer um. Bring it up the brain, bring it up the brain. Ich hab gerade noch. So, kauf noch mal ein paar. LUL! Was? Kann man sowas auch noch hin, oder? Treppe? Wir gucken mal hin. Da kommt man dann aber nur dahin, wo man gerade war. Pfff, ist da ein Dachs. Dattin. Halt er sein könnte, dass man mit dem Regen. Da kommt man. Nö. LUL! 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 Was hat er denn? Drachenblut? Ja, wichtig, merken. Okay, beide. Okay, da auch gar nicht. Okay, was da? Okay, was da? Wie toll? Ja, wie geht? Ja, wie geht? Tausend. Da müssen wir schwachen. Aber so viel da ist auch nicht schlimm. die schuldig er und boston ist in dem gebäude vielleicht das muss wieder aus aber das in der bau so sie so oder er ist das nicht die kämpfen ich will werden nur so ein Maske schenken vor Ort die 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 Ich weiß nicht, ob es nicht so gut ist, aber ich weiß nicht, dass es nicht so gut ist. Aber ich weiß nicht, dass der左ere Hände, der Geist, der Geist, ist nicht so gut. Aber ich weiß nicht, dass der Geist, der Geist, der Geist ist. Er ist nicht der Wolf, jetzt sind wir Sekiro. Jetzt steht der Wiesel. Fertig. Gebet weg. Fünf Stück. Wir ablehnen wieder uns bestimmt umbringen, oder? Ratten, Ratten kommt nicht mehr, Ratten sehen. Jetzt kommt Wasserratten. Und dann steht irgendwie Wasserratten zum brennenden Bullen und tötet sie sich. Gut. Weil das so nett ist in Waskau. Warum liegt hier Stroh an? Tada. Rattenbeschreibung. Eine Beschreibung von Ratten, die sich in Aschina eingeschlichen haben. Sprich, nochmal mit dem Tengu, wenn du dich um Geraden gekümmert hast. Antäter aus Sempo, Kleintrein und Bambushütte, viele Ratten die Lunge nur rum. Zuletzt in der Burgtor gesichtet. Ach, das sind die einen, die mich vorhin fertig gemacht haben. Die anderen Antäter aus Sempo-Tempel. Viele Ratten die Lunge nur rum. So, okay. Ah, das ist klar. Das ist Pinock, hier gibt dir was Nützliches. Er hat eine Schreibung. Bitte? Die Nase... Er hat aber noch nicht gelogen. Hier gibt es wirklich was. Wer wäre das das Pinock, Yu oder Lusob? es gibt ich werde es mal oben ja ist ok da ist ja noch was ich hätte damit auch nicht verbogen nach oben zu gehen gelbrennen ich will nur noch 900 ah dann kann man da aufmachen wo wir das war doch ich habe auch noch wer weiß wer ist der Dachs nein ich will den Dachs raus pass auf die Oma hat den Dachs raus selbstständig ja den hab ich höchstweise nicht selbst umgebracht ja das ist seine Oma jetzt hol dir eine Dachs raus weißt du das ist so ein richtiger Schlag in der Gesicht ich habe gesagt das ist seine Oma warte moin macht das Sinn das ist das ist seine Oma ja macht auch Sinn ja was denn ich bin tot ich bin tot in den er nicht tot du beflebt mir alles weg ich habe wieder ganz lieb mir nicht geschickt ich habe es nicht das ist meine Oma ich habe das nicht das ist ja das ist ja das ist ja so das ist ja ich verstehe die Frau nicht warte jetzt nichts warte nochmal mit ihr die gibt es jetzt bestimmt in Form mit euch als die alte Hexe hat eine andere als alte Hexe ja wie meint ihr mir sonst alte Hexen die Emma oder was keine Ahnung was ist meine These einmal ist auch ein Bus würde passen alles würdest du dir alles passen? was war an dich? hab ich hier noch was? ne von der Kamera ja gut wollen wir eben schnell die Ratten fertig machen und dann so hier funktioniert nicht da ganz oben ist ja auch was wir warten für später ja für später da oben ist was gut ja 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 aber gut mit der Axt als Kinder geliehen also bei den drei Büchern geschehen genau das kommt aus dann ist es wohl jetzt und zu das war schon das sind drei das sind drei die Kiebke ist das ist ja die Schlangenbuch ist und eigentlich hab ihn die Ratten verloren und nein, sie haben ihn, sie muss gut machen dann geh du mal zu ihm oh Gott, der macht mich schon da fang, naja da gefangen oh was geil ist neuer Fähigkeitenbaum wir haben ja noch nicht genug zum lernen Aschina Klinge oh, das ist gut wenn man sagt, wird deine Gäste, dass du bist okay, ich hoffe NANI 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 die Oma vorsichtig mit meinem neuen Kampfdienst was ist das für eine Oma? weiß ich nicht nein findest du täuscht der alte Hexe ist das oh man oh man so, noch mehr Wege die man vielleicht verkackt hat da vorne und da kommen wir weg Krampf haben ja wir sind da von da oben wo aus der Richtung vielleicht kann man trotzdem hier einfach mal auf ne Wormau kommt der Wind durch da wird man krank ich bin so froh, dass wir diesen Scheiß weiter für dich gemacht haben ne was hast du, du hast ihn gemacht ja, du hast aber irgendwo geholfen den ich meinen Maul behalten Fähigkeiten erwerben sind wir hier zu sehen so Ishimonji füllt einen schweren Überkopfschlag aus flugteilen muss man schaden zu stellen die einen starten vorwürste wieder her Herrschung dieser Technik muss die Stärke ist dir das einmal gemeistert kann sie sicherlich verbessert werden hm wir haben viel zu viel zu lernen wo waren die Bölkchen? da hinter dem Gang da wo sind die? links wow das wenn die Regroupmatch da machen das scheiß im Moment Einerニithmet hier Shuriken One Hit aber blob mittlerweile auch Mutt heim Die ähmlichen Zellen wird schon genommen. Vielleicht mag ich das, ja? Da hat es aber noch einer. Schießt sofort. Ich will nämlich Level 2 werden und dann direkt aus der Leeren gucken. Oh. Oh. billige Kostet das auch noch mal Geld? Ne, nur Verwässerung für diese Prothese, ne? Ja, genau. Ich würde ja echt ein bisschen sparen, aber das können wir ja gar nicht. Würde ich dieses Banksystem, was du vor allem meintest. Ich finde, ich schalte das nicht die. Weil die können wir vielleicht für Kürbissamt oder so. Wie wichtig sind die? Kürbissamt? Ja. Die waren eigentlich sehr wichtig für Leben, doch irgendwie. Ja, zum Heilen, aber wie wichtig ist es, dass wir 4 haben statt 3? Dass sie die Frage stecken. Ich glaube nicht sehr wichtig. Die findet man doch hier früher oder später, oder nicht? Können wir halt auflaufen, oh. Das heißt, sind wir ja auch alle so vorhin irgendwie, ohne dass wir die finden wollen. Level 2, nice. Perfekt. Und die Ballen noch eben? Ja. Oder die? Für den neuen kommst du hier nochmal ausprobiert, oder? Ja, klar. Theoretisch können wir uns auch wieder hier diese Dinger kaufen. Und. Hast du es gleich gesehen? Krass, ne? Ja. So. Neuer Kampfziel. Shimonji. Und dann würde man was denn? Hinten absteigender Karpfen. Demo-Fer, den nehme ich jeden Tag, wenn ich ins Bett gehen möchte. Die nach erfolgreich parieren für ein paar Sekunden Schaden für die Haltung der Wellen erhöht. Das ist tief mit dem Fluss. Das ist tief mit dem Fluss. Um dann zu parieren, gleich den Karpfen. Okay. Und das andere? Also das erhöht diese, wenn man pariert, diese Benommenheit, die muss ich da verstehen. Denke ich jetzt mal. Aufsteigungsbereiche parieren, den Schaden für die Haltung erhöht. Okay. Wenn ich pariere und Schaden mache, das ist das Deal. Ah, ist der Karpfen? Das ist der Aufsteigende Karpfen. Ist mein, ey. Da sehe ich was. So. Was kann ich noch verbessern? Oder irgendwie kaufen? Irgendwie was? Kriegt das ein Problem mal wieder? Ja, glaube ich wieder ein paar, ne? Das haben wir noch 37 auf der Sitzung. Ja, das ist ja besser. Drei Runs. Vielleicht vier, wenn man, wenn man, die so, die davor immer macht. Mhm. So, wie ging das jetzt? Äh... Das ist dann auch dieses... Genau mit... Halen geht auch, okay. Wenn ich wäre, stellt Haltung wieder her, stellt Haltung wieder her. Alles klar, komm. Nehmen euch. Was? Für den haben wir niemals Zeit. Was? Nicht, dass du siehst. Aber das stimmt. Scheiße. Komm. Der E-Mate Bull ist damit. Mit dem Move. Ja, mit dem Bull-Torning. Ja, mit dem Bull-Torning. Was? 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 Also, wir benutzen das E-Bi. E-Bi. Nee, ganz selben. Ich hab' meinen Bull-Torning. Ja, klar. Was? Ja. 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 Wie fast? Was? Na, mach mal vor. Jetzt sind wir vernünftig. Ich. Das ist ein bisschen. Ich hab' das nicht. Ich hab' das nicht. das ist ein bisschen belassen finden die Anweska von uns ist er gestiegen durch den Prozent des Busses wo wir es sind die Brüder was für die Gefühle wird Menno Oh, kann halt nicht. Ah, das steht immer noch zu gut aus. Oh ja. Pfff. Von mir aus der Lachen gekommen. Wow. Gött mir halt nix. Ja, Gött mir halt nix! Vor kurz zu sagen, das Tor ist jetzt super, oder? Guckchen. Ja, ja. Ja, aber das habe ich jetzt genug von. Ja da kann man nochmal springen und dann doch hier. Dings macht man nicht. Die Senex! das bett nicht die falsche richtung okay wenn man liegt ist man nicht geschützt das muss ich nicht das scheiße dass man nicht geschützt ist hat er mir sein armschelliges gesicht gehalten es 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 es